Und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zum zweiten Podcast von let's-plays.de, Leute. Wer hätte es gedacht, wir ziehen es doch schon durch, Woche 2. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, wunderbar. Ja, wie schon gesagt, herzlich willkommen zum nächsten Podcast hier. Unser Thema heute Mobile Gaming bzw. Handyspiele für Smartphone und iPhones. Und mit mir dabei ist diesmal Laura aus dem Team von let's-plays.de. Hallo. Hallo. Für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du? Ich bin Laura. Ich wohne momentan im Süden von deutscher Nähe von Stuttgart. Bin Anfang 30, das fragt man Frauen ja eigentlich nicht. Und bin jetzt seit ungefähr, ich würde sagen, ein bisschen mehr als einem halben Jahr mit dabei. Als? Als Redakteur, als Online-Redakteur. Genau. Ja. Seit über einem halben Jahr schon fast. Die Zeit fliegt teilweise schon. Ja, schwierig. Ich habe auch schon gedacht. Ich meine, November wäre es sogar gewesen. Ich glaube, es war tatsächlich noch früher, weil du warst eine Zeit lang weg. Stimmt. Es war Herbst. Laura, glaube ich, feiert bald sogar ihr Einjähriges. Das könnte sein. Ja, irgendwann, also ich sage, Herbst ging, das war schon mal, wobei ich ja tatsächlich schon mal drüber nachgedacht habe 2012. Ähm, da war ich schon kurz davor eine E-Mail zu schreiben und dann kam was dazwischen und dann, ähm, wie das Leben halt so ist. Das heißt also, vom Kopf ist Laura jetzt schon knapp ein Jahr dabei. Genau. Sehr gut. So, ähm, also wir reden heute, also wir beide reden heute über das Thema Mobile Games, Handyspiele, haben uns so ein paar Gedanken vorher gemacht. Wie schon gesagt, den Artikel zu diesem Podcast findet ihr dann unten in der Videobeschreibung, wenn ihr es gerade auf YouTube lest, wenn ihr es gerade hört auf Soundcloud, dann auch mal den Kanal mit abchecken. Da findet ihr weitere Infos zu dem Blog und findet natürlich darüber auch auf unserem Podcast. Es gibt nämlich noch viele andere Folgen. Na gut, viele andere ist jetzt übertrieben. Wir haben eine andere Folge gemacht, das ist Volker Heinz. Die könnt ihr euch dann noch mit anhören. Aber ja, das ist im Kommen. Es ist, äh, wir wollen weitermachen, wir wollen fortfahren. Und deswegen ist das jetzt noch einer von vielen, die hoffentlich noch kommen werden. Daher würde es mir helfen oder würde es uns helfen, wenn ihr uns mit Feedback überschüttet, also wenn ihr praktisch sagt, das hat mir gut gefallen, das könnt ihr dann uns ruhig sagen. Wenn es nicht gut gefallen hat, dann bitte uns schreiben, warum euch das nicht gut gefallen hat. Das würde uns sehr helfen, die Qualität von den Podcasts zu maximieren. Und wir wollen ja auch die so möglichst für euch zurechtschneiden, dass sie euch am besten gefallen. Daher, genau, lasst es uns wissen, wie ihr das alles hier findet. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife fahren wir fort mit dem Thema Mobile Games. Ich weiß nicht, Laura, spielst du Handyspiele? Ich muss gestehen, selten. Selten. Also ich mache es immer mal wieder, aber ich habe nichts, was ich tatsächlich dauerhaft verfolge. Also es gibt ja diese Leute, die ständig dran sitzen, weil sie irgendwas spielen, wo man dann wieder vier Minuten warten muss, bis irgendwas passiert. Ähm, da gehöre ich absolut nicht zu. Das heißt also, ich weiß jetzt nicht, was sind so typische Handyspiele, die wahrscheinlich jeder auf dem Handy hat. Also Snake nehme ich jetzt mal weg, es sei denn, man hat noch die alten Nokia-Schinken, dann hat man wahrscheinlich noch Snake auf dem Handy. Aber wie gesagt, in den App-Stores irgendwelche kostenlosen Trendspiele hat man doch. Also hier, sag mal, wie heißt denn das eine hier? Wo sich jetzt Candy Crush, wo sich doch jeder die Bälle da um die Ohren haut. Ähm, spielst du sowas? Candy Crush habe ich, ähm, auf meinem Tablet, das mittlerweile eigentlich nur noch mein Wecker ist, am Bett. Äh, und dann spiele ich kurz vorm Einschlafen manchmal. Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, ähm, langweilt es mich doch sehr. Mhm. Was mich auch mega langweilt, sind Spiele wie zum Beispiel die Simpsons. Ich weiß, da gibt es Millionen von Fans, ähm, wo man dann immer warten muss, bis das Haus gebaut ist. Jetzt müssen wieder zehn Minuten vergehen, bevor ich die nächste Aktion machen kann. Also, ich spiele gerne und ich spiele dann, wenn ich spiele, aber auch gerne an einem Stück, ohne großartig warten zu müssen. Es gibt ja viele, viele unterschiedliche Arten von Handyspielen. Also, es gibt nicht nur, also, wie auch normal bei den Spielen, gibt es Rollenspiel, Action, Strategie, äh, hast du nicht gesehen. Und, und jedes Spiel hat halt so seine eigene Vorangehensweise. Also, viele haben halt diesen Faktor Zeitmanagement mit drin, der halt auch, äh, zum anderen dafür da ist, um ein bisschen auch, äh, Geld, ähm, zu generieren. Also, dass die Spieler sich da Vorteile von kaufen können, et cetera. Es gibt auch kleine Indie-Games, Sachen, die in der Beta sind. Und, also, es gibt ein, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten, fast schon eins zu eins mit dem, mit dem, ähm, Konsolen- und, ähm, Computerspielemarkt, äh, vergleichbar. Jedoch noch in einer ganz anderen Sparte, habe ich das Gefühl. Und, äh, darum soll's ein bisschen auch hier in diesem Podcast rumgehen, wie ihr Mobile Games eigentlich so wahrnimmt. Und ob man sich als Gamer schimpfen darf, wenn man auf dem Handy Candy Crush spielt. Was, was sagst du dazu? Wenn, wenn, wenn deine Mutter sagen würde, hör mal, ich bin Gamerin, ich hab Candy Crush auf dem Handy, ich weiß, worum's hier geht. Wird sie ihr das glauben? Äh, nein, ich würd's ihr nicht glauben. Ähm, aber ich find auch immer, der Begriff Gamer, der schränkt immer sehr stark ein. Weil, ich würd mich persönlich auch nicht als Gamer bezeichnen, obwohl ich seit Kindheitstagen viel spiele an Konsolen und am PC. Ich find es, ja, es steckt einem tatsächlich in so ne Schublade. Und die ist tatsächlich immer noch negativ behaftet, find ich. Das heißt also, für dich sollte es mehr, äh, Bezeichnung für, für Gamer, also für Leute geben, die, äh, Spiele spielen. Das sind die Mobile Gamer und das sind die richtigen Gamer. Nein, ich muss einfach sagen, also, klar, wenn jemand nur Candy Crush spielt, ist es, ist es jetzt keiner, der wirklich sich intensiv mitspielen und was Möglichkeiten auch bieten, auseinandergesetzt hat. Aber natürlich ist er in gewisser Weise ja auch, in dem Fall, in Anführungsstrichen, ein Gamer, weil er halt darauf spielt. Mhm. Ist halt die Frage, wie weit hat sich der Horizont über Candy Crush hinausgebildet? Oder ist es tatsächlich nur, ich spiel jetzt Candy Crush und wenn meine fünf Herzen vorbei sind, ähm, dann mach ich Soda Crush auf und spiel da meine fünf Herzen weg und nehm das nächste. Was alles nach dem gleichen Schema F funktioniert. Muss ich sagen, da hat sich jemand, also da nutzt jemand das Medium zum Zeitvertreib, was ja auch gut und billig ist. Aber, ähm, klar, der hat sich wahrscheinlich nicht mit dem Medium als, als Kunst beschäftigt. Das hat man sehr oft gehört, vor allem jetzt verstärkt in letzter Zeit mit dem neuesten Spiel von Warner Brothers. Harry Potter war das nämlich gewesen, ein Mobile Spiel, wo ziemlich viel Vorfreude generiert worden ist. Also ziemlich viele Leute haben auf dieses Spiel sehnsüchtigst gewartet und haben dann sich dieses Spiel runtergeladen, sich teilweise schon vorab für diese Newsletter und Beta-Phasen angemeldet. Auch wenn, äh, Warner Brothers da sehr, sehr wenig hat durchschimmern lassen. Aber im Endeffekt, ähm, erwies sich dieser, dieser Hype, dieser vorrangige Hype als riesengroßer Flop, weil das Spiel wurde in der Luft zerrissen. Was an diesem Game, äh, an dieser Zeitmanagement, ähm, Phase lag, dass man halt begrenzte Energie hat und wenn du da eine, eine Aufgabe etwas spielst in dem Spiel, dass du nur für gewisse Zeit kannst, weil dir diese Energie halt fehlt. Und die du nur mit Echtgeld auf, ähm, stocken kannst. Außer du wartest halt irgendwie, äh, ein paar Stunden, bis sich die Energie wieder auflädt. Und dieses, äh, Prinzip ist momentan so gang und gäbe in der Mobilbranche wie zum Beispiel Clickbait-Artikel bei, äh, unseren Wettbewerbern. Daher hätte ich jetzt gesagt, ist das noch, ist das noch, ist das tatsächlich noch gang und gäbe? Müssen wir heutzutage damit auskommen, dass Spiele nun mal so gemacht werden in der Mobilbranche? Ich glaube, es ist halt einfach ein einfacher Weg für Entwickler zu sagen, wir nehmen Schema F, das haben wir vorprogrammiert und da legt man dann einfach, also es funktioniert ja auch das Schema F bei vielen Leuten, man legt einfach das neue Thema obendrauf. Ähm, seien es jetzt die Simpsons, seien es Harry Potter, ähm, da gibt's ja für jedes Thema, das, My Little Pony, muss ich tatsächlich gestehen, hab ich auch mal angefangen, war genau der gleiche Pod wie, ähm, wie die anderen auch. Sachen aufbauen, warten, klar, ich möchte das umsonst spielen, weil ich da nicht bereit bin, Geld für auszugeben, weil ich einfach auch nicht viel Inhalt erwarte. Das war auch mal reinzugucken, mal zu gucken, wie funktioniert es. Ich denke einfach, dass dieser, diese Wertschätzung für Spiele dadurch ganz arg runtergebaut wird. Mhm. Ähm, ich erwarte ein kostenloses Spiel, da kann ich dann entweder noch zusätzlich In-App kaufe tätigen, um das Ganze aufzuwerten oder ich muss halt meine Zeit rein investieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da kommt selten dann tatsächlich Inhalt am Ende bei rum, der einen irgendwie mitnimmt. Ja, der einen bei Laune hält, an dem Spiel weiter fesselt sozusagen. Das heißt also, ich hab tatsächlich auch mitbekommen, dass es viele Spiele gibt, die man gar nicht so spielen kann, ohne dass man tatsächlich Geld ausgibt. Und das find ich dann schon wieder fast schon illegal, wenn man bedenkt, dass man sagt, dieses Spiel ist kostenlos spielbar. Weil spielbar heute ein unglaublich dehnbarer Begriff ist, zumindest in der, ähm, Handyspielbranche, dass man sagt, du kannst es, dass das spielbar für mich schon heißt, wenn du's installieren kannst, ist es spielbar. So, und wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Spiel starten willst und dafür Echtgeld hinlegst, ist es halt eben so. Spielbar ist es trotzdem, kannst du installieren. Also, das wär so zum Beispiel jetzt, äh, der, der, der Worst-Case-Fall. Das wär jetzt so der Overkill gewesen. Aber ich find das schon ziemlich krass, dass es in diese Richtung geht. Ich, auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, klar, Handyspiele müssen sich, ähm, finanzieren. Die müssen, ähm, unterhalten werden, die, die Entwickler. Die Kosten, die für so ein Handyspiel, ähm, aufkommen. Die mögen bei einem Harry Potter jetzt, denk ich mal, größer sein als bei so einem kleinen Indiespiel. Ähm, es werden, es wird Werbung geschaltet in solchen, äh, Mobilspielen, das viele Leute nervt. Ich persönlich find das gar nicht mal so schlimm, ähm, wenn es wirklich in Maßen ist, weil davon zum Beispiel lebt der Entwickler davon. Da würde ich auch davon ausgehen, das Spiel kann man kostenlos genießen, ähm, wenn mal zwischendurch eine Werbung kommt, die man in den meisten Fällen eh wegklicken kann. Aber das ist so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich sage, äh, wie sollen sich, äh, Handy-Games da profilieren können? Wie, wie soll das gehen, dass die da die, die Kosten reinholen über kostenlose Handyspiele? Ja, ich stimme da total zu. Ich seh das mit der Werbung ähnlich. Also, ich hab auch kein Problem damit, wenn nach jedem Level ein kurzes Video läuft. Das tu ich mir dann sogar manchmal an, weil ich mir denke, naja, gut, man will ja tatsächlich auch, dass es weiterhin kostenlos verfügbar ist. Und man kann's ja auch tatsächlich oft wegklicken. Selbst wenn kein X da ist, ist meistens in irgendeiner Ecke. Das weiß man mittlerweile ja, wenn man da hinklickt, trotzdem das X schon da. Und ich, ja, es ist schwierig. Also, es ist, dieses Erwirtschaften von Geld, um sozusagen die Programmierer zu bezahlen, um das Ganze zum Laufen zu kriegen, ähm, das ist eine schwierige Sache. Ich glaube aber, das hat man sich ein bisschen selbst verschuldet, zerstört, indem man halt sagt, Spiele sind halt nichts mehr, also, in Anführungsstrichen, nichts mehr wert. Ja. Und in Schwabenland hier sagt man, was nichts kostet, ist nichts wert. Ähm, wenn sie nichts kosten, dann ist man zwar gewählt, sie zu installieren, aber ich hab mittlerweile so viel Enttäuschung erlebt, dass ich auch sage, ach, ich bin da gar nicht mehr bereit zu, ähm, großartig kostenlos was auszuprobieren. Und wenn ich's nicht schlecht finde, hab ich aber ehrlich gesagt, ist mittlerweile diese Hemmschwelle dann doch 2,50 Euro für die Erweiterung zu zahlen, die dann tatsächlich ohne Werbung ist, mit Zusatzinhalten, weil ich einfach nicht mehr viel von dem Spiel erwarte. Genau. Mir geht das ähnlich, um mal auf meine eigene Erfahrung zu reflektieren. Ich bin, ich glaub, so ziemlich das Gegenteil von, von dir als Mobile-Spielerin. Ähm, ich spiele sehr, sehr viel am Handy. Das sind für mich die Ausgleich, äh, Momente, wenn ich grad nicht am PC bin, muss ich zugeben. Und ich lade mir hauptsächlich nur kostenlose Games runter. Und es gibt eine unglaublich vielschichtige Auswahl an Handyspielen von den verschiedensten Genres. Also, ich lehne mich ja ziemlich weit aus dem Fenster, aber ich würd jetzt schon sagen, ich hab so gut wie alle schon gesehen. Nicht installiert, aber ich, ich sag jetzt mal, wenn ich mir ein paar Spiele aufs Handy runterlade und dann ein paar Wochen später nochmal drauf gucke, mir kommt alles bekannt vor. Ähm, und es ist sehr selten, dass es da Neuerungen gibt. Und ich muss sagen, ähm, es gibt wenige Juwelen oder, sag ich mal, Spiele, die man richtig gut kostenlos spielen kann, ohne viel mehr Zeit rein zu investieren. Ein positives Beispiel hierbei, nicht gesponsert, muss man an der Stelle sagen, ist Gardenscapes, welches ich momentan, oder schon damals, ich glaub, ich spiele schon über einem Jahr, ungefähr. Und dieses Spiel ist kostenlos, man hat bisher noch keinen einzigen Cent reingepackt in das Spiel. Hier und da vielleicht mal in eine Werbung geschaut, um, ähm, ein paar Juwelen noch zu bekommen oder Diamanten. Aber das Spiel zwingt einem die Werbung nicht auf, was ich super finde. Es zwingt einem den Kauf von Sachen nicht auf, was ich super finde. Und man muss dazu sagen, ich hab schon über 1000 Level gemacht und die komplett kostenlos. Also, das ist, das ist schon, das ist schon wirklich, äh, bedenklich. Also, da müsste ich schon fast die geschlossene für. Also, es ist schon extrem hart. Also, 1000 Level ist schon, ist schon eklig. Aber mich hat das Spiel bei Laune gehalten und ist für mich einer der wenigen Ausnahmen, wo man sagt, hey, das Spiel ist komplett kostenlos, das Spiel macht super viel Spaß, damit kann man ein bisschen abschalten, wenn man grad nicht am PC ist oder irgendwie grad unterwegs oder was weiß ich nicht wo. Es ist eine der wenigen Ausnahmen, wie ich ja schon jetzt mehrmals gesagt hab. Und auf der anderen Seite, klar, kriegt man auch Spiele zu Gesicht, wo man sich denkt, meine Fresse, ich hab noch nicht mal das Tutorial durchgemacht und musste mir schon vier oder fünf Werbeslider ansehen. Das ist ja schon ekelhaft. Und das ist so ein bisschen, bisschen der Unterschied. Ich sehe Spieleentwickler für Handygames als, ähm, einmal Leute an, die das aus einer Passion heraus machen, um wirklich Medien zur Verfügung zu stellen, womit die Leute unterhalten werden können. Und ich sehe Leute, die sich damit selber profilieren wollen, beziehungsweise, äh, damit einen Nebenverdienst starten wollen. Und das, das, das sieht man auf dem ersten Blick. Das ist, das ist charakteristisch schon fast. Wenn man gut platziert ist, dann ist das auch alles, ähm, dann passt das auch alles. Ja, finde ich auch. Ähm, also immer so, uh, meine Daten. Wenn die Werbung auf mich zugeschnitten ist, hab ich da tatsächlich auch schon das eine oder andere Spiel zusätzlich entdeckt für mich. Und das finde ich jetzt auch nicht verkehrt, wenn die Werbung so funktioniert, dass sie mir was vorschlägt, was mich tatsächlich interessieren könnte. Mhm. Dann bin ich tatsächlich auch mal gewillt drauf zu klicken und dann gibt's wahrscheinlich sogar auch noch Geld für den, für den Entwickler. Ähm, was mich halt ganz arg stört, ist, wenn man aus Versehen sozusagen, in Anführungsstrichen, aus Versehen dann sozusagen direkt weitergeleitet wird. Ähm, am besten auch noch, es gibt ja tatsächlich auch Spiele, wo man dann nicht auf den Download auf dem, im Store weitergeleitet wird, sondern auf fremde Seiten. Mhm. Und das ist dann immer so die Grenze, wo ich dann sage, also das ist oft so ein Punkt für mich, wo ich sage, okay, das Spiel ist sozusagen unten durch, egal was es war. Richtig. Ähm, na ja. Vor allem, es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, das, was man Spiele, äh, finanzieren kann. Es muss ja nicht nur durch Werbung passieren. Das ist, man muss sich das mal vorstellen. Es gibt, die, die, die Filmindustrie holt einen Großteil seiner Einnahmen über Produktplatzierungen rein. YouTuber machen es heute in ihren Videos, das ist gang und gäbe. Warum macht man das nicht bei Handyspielen? Man packt eine Cola rein. Von mir aus als aktives Spielelement. Das ist wurscht. Scheißegal. Damit macht man sich einen, äh, Vertrag fertig. Man hat dadurch Einnahmen, kann weniger Werbung schalten oder ist nicht darauf angewiesen. Wäre sogar noch besser. Es gibt Dutzende von Möglichkeiten. Ich würde mal auch behaupten, dass Studios, die es ernst machen und auch wirklich gute Spiele produzieren, sich dessen bewusst sind. Das sind halt Firmen, die haben halt den Plan. Davon gehe ich raus. Da, da wette ich mit dir. Ähm, es gibt aber viele, das sind so Hobbyentwickler. Die machen so kleine Spiele. Ich hab auch davon welche auf dem Handy. Da wird halt hier und da Werbung geschaltet. Das Spiel ist nicht allzu, ähm, großartig programmiert oder von, von tiefer Spielmechanik, äh, strotzen. Das ist halt immer ein bisschen, ich, ich muss sagen, ich steh auf diese 8-Bit, äh, Spiele, wo's so ein bisschen, äh, RPG-Style und, 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 und Farmen und, und Grinden so ein bisschen das entspannt so ein bisschen. Da kann man ein bisschen abschalten. Ich mag solche Spiele einfach. Aber es, der Markt ist halt nicht genug damit gefüttert. Und wenn, dann hast du nur so Spiele, wo dann halt solche, solche Werbebanner die ganze Zeit, äh, äh, platzieren. Äh, ich weiß nicht, bei wem das war. Das war, ähm, irgendwas mit, mit Bitcoin, wo du, ne Quatsch, wo du ein eigener YouTuber bist. Ähm, aber nicht das von PewDiePie, sondern, das, das war so ein eigenes Ding. Und das war so überladen von Werbung. Das war, das war schon ekelhaft. Das war, du konntest nicht ordentlich spielen, ohne dass du, äh, ein paar Midrolls einfach so ins Gesicht geklatscht bekommen hast. Und da denkst du, meine Fresse, was, was machst du hier eigentlich? Das, das finde ich, das sind die krassen Negativbeispiele. Aber, ja, also, meiner Meinung nach, es gibt viele Möglichkeiten, wie man so ein Spiel anders, äh, entwickelt, äh, in, äh, ähm, dass, dass man da Geld rauskriegen kann, dass man aus einem Spiel mehr Geld rausholt als über Werbung, finde ich. Ich denk ja auch, also, ich hab, das ist aber schon, das ist schon eine halbe Ewigkeit vor, äh, her. Da hab ich mir mal, also, ich sag mal, ein Spiel in Anführungsstrichen, Strichen Zombies Run installiert. Das ist so eine Lauf-App im Grunde, die aber... Läufst du da? Ja, man läuft tatsächlich, ist tatsächlich zum Song gedacht. Ach so, oh. Ja, es ist, also, es ist tatsächlich interaktiv, ähm, dass man läuft, ähm, man kriegt ein Hörspiel, man sagt, man möchte jetzt, ähm, 30 oder 60 Minuten laufen. Mhm. Arbeite seine eigene Playlist rein und kriegt dann, ähm, je nachdem, wie lange man halt eingestellt hat, die Strecke, alle zwei Lieder kriegt man dann wieder ein Stück von der Story, ähm, mit. Ist ganz, ganz toll gesprochen, auf Englisch leider, aber ganz, ganz toll auch vertont. Man hört auch Zombies die ganze Zeit im Hintergrund über die Kopfhörer dann hinter einem herlaufen und die, ich hab jetzt grad nochmal geguckt, ähm, ich hab sie damals gekauft, das weiß ich noch, das ist aber auch bestimmt schon sechs Jahre her. Mittlerweile gibt's die auf jeden Fall, aber die finanzieren sich tatsächlich auch zum Teil über, ähm, Merchandise. Also, die sind mittlerweile so beliebt, dass dann ganz viele Leute sagen, ah ja, jetzt hab ich für den Marathon trainiert, jetzt zieh ich dann auch mein 5K-Zombie-Run-T-Shirt dazu an. Und so funktioniert's ja auch, wenn nicht genug, und ich denke, das wird für viele Spiele funktionieren, wenn man so ein kleines, ähm, Sortiment an Merchandise hätte, was man über Online-Shops ist heute weltweit zu verschicken, wär das sicherlich auch für viele eine Finanzierungsmöglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es gibt mannigfache Möglichkeiten, das eigene Handyspiel zu finanzieren. Und ich find, also, ich geh mal davon aus, dass wir nur einen Bruchteil der Möglichkeiten angekratzt haben, die da einem zur Verfügung stehen, ein Spiel zu, ähm, zu finanzieren. Mit, mit, mit Werbung, mit, mit Ingame-Käufen, mit Merchandise, mit, äh, Product-Placements. Also, ich denke mal, da gibt es, da haben wir einiges schon abgedeckt, allerdings gibt's noch eine ganze Menge mehr. Ja, und was man auch sagen muss, ähm, viele Entwickler, also man muss unterscheiden zwischen Entwicklern, die ausschließlich Handy-Games produzieren, und es gibt sogar Entwickler, die in diesen Handyspiel-Bereich mit einsteigen. Ich vermute mal, viele Leute, die sich diesen Podcast anhören, während, äh, während, äh, werden, währenddessen wahrscheinlich sich gedacht haben, äh, ja schön, äh, Handyspiele, dies und das, äh, App-Store, Google-Store oder Samsung-Store, was es da nicht alles gibt. Was ist denn hier mit den großen Entwicklern, die jetzt auf Handy-Games gehen? Und damit sprechen wir einen ganz wichtigen Punkt an, ähm, Stichwort Fortnite und PUBG, die jetzt anfangen, ihre, ihre Games, die für den PC gedacht sind, für das Handy salonfähig zu machen. Erstens, weil's das Handy, das Endgerät, ganz leistungstechnisch so langsam auch hergibt. Zum Zweiten, weil's ein unglaublich großer Markt ist in der Zwischenzeit. Und, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, äh, sträub mich da vehement, solche Spiele auf dem Mobiltelefon zu spielen. Also, wirklich. Ich weiß nicht, wie's bei dir aussieht. Ich muss sagen, ich find, also, ich bin ein absolutes Konsolenkind, deswegen, ich spiel gerne auf dem Fernseher, ich spiel gerne auf großen Geräten, auf großen Endgeräten dann. Mhm. Deswegen war die Switch für mich auch damals ein Kriterium, weil ich gesagt, nee, die kauf ich mir nicht, weil, okay, man kann sie ja im Computer, äh, mit dem Fernseher schließen, aber sie hat halt eigentlich diesen kleinen Bildschirm. Das will ich nicht. Ich hab sie mir gekauft und ich muss sagen, ich muss da alles über Bord werfen. Ich hab, äh, wahrscheinlich mehr Stunden auf dem kleinen Bildschirm gemütlich auf dem Sofa verbracht, ähm, ohne den Fernseher anzumachen, als am Ende auf dem Fernseher gespielt zu haben. Deswegen, ich war da ganz, ganz strikt früher dagegen, ähm, aber es macht natürlich auch für viele Leute das zugänglicher, weil nicht jeder kann sich unbedingt jede Konsole leisten. Stimmt. Und wenn's dann natürlich, aber ein Handy hat fast jeder und auch ein Tablet hat mittlerweile fast jeder, ähm, und sei es das Arbeitsgerät für zu Hause. Mhm. Deswegen will ich mich da tatsächlich nicht ganz verschließen, aber ich hab ganz gern die Option, das tatsächlich auf dem, auf was Größerem zu spielen. Mhm. Ja, ich bin jemand, der, der auch auf jeden Fall ein Performance-Spieler ist, der gerne halt, ähm, Spiele spielt, die sehr gut aussehen. Grafisch müssen sie jetzt gar nicht die ultimativen Renner oder, oder, ähm, Vorzeigeprojekte der aktuellen Zeit sein, das ist mir gar nicht so wichtig. Aber es muss von der Performance einfach super sein. Und wenn du eine gute FPS hast, verbunden mit einer, äh, tiefen Schärfe und hast du nicht gesehen, dann ist dieses Film, das ist dieses Spiel für mich gleichzeitig viel mehr interessanter, als wenn es diese ganzen Faktoren halt nicht vorweisen kann. Ich weiß, es wird, es wird jetzt viele gehen und sagen, ey David, du hast doch gerade gesagt, du spielst gerne Mobile Games so mit 8-Bit und Grinding. Was sagst du jetzt von wegen Performance mit Dünner ohne Dünner? Also, ganz ehrlich, in dem Punkt verstehe ich mich selber schon nicht, weil ich mir dann immer denke, okay, ja, eigentlich habt ihr recht, ich stehe auf dieses 8-Bit-Versessen, Also, qualitativ ja wirklich unterste Schublade. Ähm, und dann wiederum so Performance-Part. Ich glaube, das hat etwas mit verschiedenen Aspekten, ähm, des Gaming zu tun, welches ich hier konsumiere. Zum einen die Simulation dahinter, die für mich sehr, sehr wichtig ist, die sehr, sehr viel, ähm, für mich einnehmen muss. Und zum anderen natürlich das fürs Auge, was man sich halt ganz gerne mal antut. Klassisches Beispiel momentan, äh, so ein, so ein, so ein, äh, 8-Bit-Spiel, wo du halt am Grinden bist oder dir was aufbaust, Harvest Moon. Ich liebe Harvest Moon. Ja, ich auch. Ich könnte heute noch Harvest Moon, die alten Teile spielen. Stardew Valley. Ich, das ist geil. Grafisch ist es nichts, aber das ist egal. Also, das ist, das habe ich, ich habe es mir tatsächlich auch, ähm, besorgt, weil ich habe Harvest Moon für den Game Boy, das war, für den ganz, ganz alten, das war so mein Spiel und der Spiel meiner Mutter lustigerweise. Und alles, was danach kam, ich habe es immer wieder gekauft und jedes Harvest Moon fand ich danach nicht so doll einfach mehr. Also, es fehlte irgendwie was. Und jetzt sagt ein Freund irgendwann, sagt er, ja, hier ist Stardew Valley, das ist das sozusagen, wenn du es immer geliebt hast, aber alles nicht mehr jetzt so richtig, das Harvest Moon-Feeling rüberbringen, hol es dir. Ich habe es, keine Ahnung, 20, 30 Stunden gespielt, ich finde es super und habe dann gedacht, ähm, ja, das ist genau das, was meine Mutter immer bemängelt hat, habe es ihr dann jetzt auch geschenkt. Ja, zack, jetzt hat sie, ähm, viele, viele Stunden auf der Playstation verbracht. Ja, das ist, das ist einfach so. Es ist einfach was anderes. Ich erwarte da sozusagen vielleicht auch ein bisschen Nostalgie-Feeling in dem Fall jetzt, aber ich erwarte einfach was anderes. Ich erwarte da ein bisschen Spaß und einfach leichte Unterhaltung, wogegen ich jetzt wirklich, wenn ich grafisch was Tolles spielen möchte, ähm, da erwarte ich einfach nichts. Mehr und da weiß ich aber auch, dass es mir, also das ist mir auf dem, also ich hätte eigentlich auch, muss ich sagen, Stardew Valley, ich hätte warten sollen, ich hätte es mir eigentlich tatsächlich lieber irgendwie für die Switch zum Beispiel gekauft, weil ich es ganz gerne einfach in der Hand habe, weil da brauche ich keinen Fernseher für, für das große Teil. Das stimmt allerdings, ja. Das hätte ich zum Beispiel lieber wieder an Kleinen gehabt, ähm, aber ich denke, fürs Handy hätte ich es mir nicht geholt. Nee, wahrscheinlich nicht. Da spielen wir zu, ähm, ich, ich, ich finde, also für mich, das ist aber, glaube ich, auch ganz, ganz, ähm, falsch gedacht, verliert es immer ein bisschen Wertigkeit, wenn es nicht, wenn ich es nicht in der Hand habe. Mhm. Und das ist selbst beim, beim, beim Playstation Store immer so ein bisschen schon die Überwindung, kaufe ich es mir jetzt nur digital oder kaufe ich es mir so, aber sobald es auf dem Handy ist, habe ich immer das Gefühl, das, es ist noch weniger wert. Und wenn ich mir halt ein aufgeblaset Spiel kaufe, dann will ich es auch wirklich, dann brauche ich es groß. Und dann sitze ich da aber auch vier, fünf Stunden am Stück dran, das könnte ich mit dem Handy zum Beispiel nicht. Mhm. Also wunderbare, wunderbare. Wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn du sagst, okay, ja, okay, wenn du natürlich tausend Stunden auf dem Handy gespielt hast, dann will ich das vielleicht nicht. Nein, also ich, ich sehe das, ich sehe das ähnlich wie du. Ja, dann würde ich sagen, ähm, aber. Äh, hörst du mich noch? Ja, Treib, alles was groß ist, ist für mich langer Zeit für Treib. Ja. Äh, du kannst mich noch hören? Offenbar nicht, offenbar haben wir hier, äh, ein kleines Tonproblem. Ah. Vermutlich können, jetzt, jetzt kannst du mich wieder hören. Ich höre dich wieder, ja. So, wir hatten, wir hatten gerade ein kleines, kurzes Tonproblem gehabt, aber es ist gut, du hast das die ganze Zeit gefüttert und hast, äh, äh, sensationell währenddessen gesprochen. Du konntest du nicht unterbrechen. Ich konnt nicht unterbrechen, das war das Problem. Obwohl, Problem, nein, ist es ja nicht. Ähm, aber ich sehe das, äh, erstaunlicherweise genauso wie du, dass ein Spiel für mich auf dem Handy Wert verliert, wenn man's vorher auf dem PC konsumiert hat, tatsächlich. Ähm, ich finde auch, dass, ähm, beispielsweise PUBG hab ich gespielt, ich hab Fortnite gespielt und denke mir, ich würde diese beiden Titel niemals auf dem Handy spielen. Es ist möglich, klar, die Software, äh, die Hardware gibt's momentan her, ähm, aber es ist was ganz anderes. Es ist, äh, anders, anders zu, zu konsumieren. Du hast das, äh, ich weiß auch nicht, wie ich das, ob das am, am kleinen Bildschirm liegt. Ich kann das dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall finde ich's, ich hab mich daran, äh, orientiert oder mich daran gewöhnt, dass Gaming für mich heißt, ich hab ein Tower-PC oder von mir aus ne Konsole, einen festen Standort. Du setzt dich hin, du hast deine Eingabegeräte vor dir stehen, hast einen tollen Fernsehen und, äh, kannst darüber hinaus mit Leuten über ein Headset reden und das alles, äh, hast noch viele andere Programme dazwischen liegen. Und das ist, beim Handy ist es einfach nur dieses Game auf ne, auf eine Essenz runtergekocht, äh, die halt nur diese Aspekte von einem Spiel wiedergeben und absolut keine anderen, äh, ich sag jetzt mal, äh, Faktoren zulässt, wo man diesen Titel noch darüber hinaus genießen könnte. Für mich ist es wirklich nur, pack, PUBG auf dem Handy, das spielst du, auch mit ner furchtbaren Steuerung an der Stelle, muss ich auch sagen. Ich hasse es, wenn man nicht über, wenn man FPS, äh, Titel nicht über Maus und Tastatur spielt, fass ich mir an den Kopf und denk mir, sag mal, geht's eigentlich noch? Alle Call-of-Duty-Spieler, die mit dem Controller spielen, ihr habt sie nicht mehr alle. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist die Wahrheit. Also, ganz ehrlich, es ist furchtbar. Vielleicht habt ihr da, seid ihr vielleicht ein bisschen talentierter als ich. Ich, ich, ich krieg das nicht hin. Kommt mit Controller, mit dem Fadenkreuz, äh, da, da, da siehst du mich heulen, wirklich. Also, das, das geht überhaupt nicht. Ähm, aber ganz, ganz spannend, sind denn beide Spiele bei der Konsole, die sind ja wahrscheinlich kostenlos, oder? Äh, PUBG jetzt nicht. Ich glaub, auch auf dem Handy ist es nicht kostenlos. Fortnite beispielsweise, beides kostenlos. Ja, ach so, okay, ich hab nämlich grade geguckt, also, äh, PUBG ist tatsächlich kostenlos. Das heißt, es wär ja tatsächlich für, ähm, guck mal, hab ich da irgendwas für den? Wär ganz gut für Leute, die rein schnuppern wollen, ne? Genau, das wollte ich mich grad sagen. Weil das ist natürlich, in dem Fall ist es jetzt, würde ich sagen, fast wieder ein, ähm, ja, das ist halt die Frage. Wenn das, wenn das, wenn das Endspiel sozusagen für die, für Konsole oder für den PC dann wieder unverhältnismäßig, also viel im Vergleich zu der kostenlosen Version kostet. Also, 40 Euro wär jetzt ja nicht unverhältnismäßig, aber ist ein großer Sprung dann wieder. Ähm, da ist halt die Frage, gucken Leute rein oder besorgt man sich das heute sowieso woanders, ja, das Infomaterial? Ähm, genau. Aber das fände ich tatsächlich dann in dem Fall wieder fast ein Pluspunkt, um mal zu sagen, man guckt rein. Mhm. Ein Negativaspekt, den ich sehe, da geht's ja auch um Ranglisten wahrscheinlich. Ich hab's selber nicht gespielt, aber wahrscheinlich geht's ja um, wer viel spielt, hat wahrscheinlich mehr Chancen irgendwie weiter oben zu landen. Das ist natürlich, wer dann das natürlich mobil mitnimmt, kann natürlich auch die Bahnfahrt nutzen auf dem Weg zur Arbeit, um nochmal schnell. Ja, genau. Schnell was zu machen. Finde ich dann schon fast wieder so eine Sache, klar, wer viel Zeit hat, kann viel Zeit investieren in sowas. Mhm. Aber man muss das halt auch nicht, also, denke ich mal, man muss das halt auch nicht übertreiben und jede Sekunde dafür nutzen. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Vor allem, dadurch wird vielleicht auch ein bisschen dieses Konzept von, von, von Mobile Games, äh, verzerrt, weil ein PUBG beispielsweise, ich glaub nicht, dass er es in der Bahn spielen könnte. Du bist ja zeitlich festgelegt über einen Zeitraum, über ein Gewissen und du kannst das ja nicht, nicht irgendwie stoppen. Also, wenn ich jetzt im Game bin, also, wenn ich jetzt irgendwie ein Handyspiel spiele, was ich normalerweise spiele, ich kann das einfach mittendrin beenden, da muss ich nicht warten. Bei PUBG kannst du das nicht. Das ist so ein bisschen, das verzerrt dieses, dieser, dieses, äh, ja, wie sagt man, dieses Anwendungsfeld, ähm, für, für Handyspieler. Und ich würde es tatsächlich, also, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mich jetzt zu Hause hinsetze, ähm, aufs Sofa, wenn ich die Konsole vor mir stehen habe und dann sage, ach nee, jetzt nehme ich doch das Tablet, ähm, wenn es sozusagen in so engreifbarer Nähe ist. Also, das, und ich weiß, dass auch die Leistung halt eine andere ist und das ist, ja, das, also, ja, schwierig. Aber es wird ja unheimlich viel genutzt. Also, ich hab's, die Verkäufe ganz am Anfang waren ja, ähm, gigantisch hoch für die App oder die, die Downloadzahlen für die App. Von daher, ähm, ich weiß gar nicht, was die mittlerweile haben, deswegen, es muss ja einen Markt dafür geben. Ähm, interessant wäre natürlich, ist der Markt, überschneidet er sich? Gibt es Leute, die beides machen oder ist es hauptsächlich entweder oder bei dem? Ja, das stimmt. Also, ich kann's... Ja, über, über 50 Millionen Downloads, ich meine, irgendjemand... Irgendjemand muss sich das ja auch tun. Irgendjemand muss es online, äh, muss es mobil spielen. Vielleicht ist es Niklas mit seinen 50 Millionen Nebenaccounts, wer weiß. Vielleicht spielt das den ganzen Tag mit sich selber, wir wissen es nicht, wir fragen ihn das nächste Mal. Ah, wenn er, wenn er so Multitasking ist, dann Hut ab, also. Immer kann man nicht verlieren, dann. Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass viele Leute sich mehrere Accounts machen, um Handys mehrfach, also um, um Spiele mehrfach zu nutzen, um sich selber Herzen zu schicken. Das ist ja heutzutage so gang und gäbe bei Handyspielen, dass man sich die Energie oder Herzen oder Diamanten, je nachdem, diese Ingame-Währung selber schickt. Also, auch Candy Crush, glaube ich, lebt davon, von diesem, von diesem Schneeballsystem. Wer Leute einlädt und dann seine Leute fragt, ob man ihnen Herzen schicken kann. Ach so, das schon, aber dass man sich selber noch Fake-Accounts erstellt, damit man sich selber... Ach so, ja, das, 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 das wäre krass. Also, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Leute das machen, tatsächlich. Ja. Ähm, kennen aber keinen. Deswegen. Ja. Ist ein bisschen... Ich bin auch, ich muss sagen, ich bin auch immer ein bisschen erschrocken, wenn ich höre, wie viel Geld Leute für In-App-Käufe tatsächlich ausgeben. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe da tatsächlich welche im Freundeskreis, die dann sagen auch ja so, so 600 Euro im Monat werden da schon mal ausgegeben. Mhm. Da denke ich immer, also für 600 Euro im Monat, ähm... Ja, das ist für Handys, ne? Also, für Handyspiele. Ja. Und ich meine, vielleicht weiß ich das einfach nicht zu schätzen, aber ich habe die Spiele ja auch getestet, um zu denken, okay, das war so eine Gruppendynamik mal am Wochenende. Also, jetzt nahmen wir alle das gleiche Spiel runter und das ist so, wo ich mir denke, joa... Ja, aber wie ist das mit normalen Spielen? Wie ist es da, ne? Ich habe, in meiner Steam-Bibliothek sind über 400 Spiele, ich habe einen Wert von knapp 3.500 Euro in meiner Steam-Bibliothek. Da packen sich viele Leute auch an den Kopf und denken sich, meine Fresse, wie kannst du so, wie kannst du nur so viel Geld dafür ausgeben? Ja. Ist bei Handyspielen vermutlich dasselbe, dieselbe Trötin, die wir rein, äh, tuten. Ja, wobei ich muss sagen, in so einer, also, auch wenn es nur eine virtuelle Bibliothek ist, es sind halt deine gekauften Sachen, die du halt auch später noch haben kannst. Ja, das stimmt. Bei vielen Online-Spielen ist es so, wenn du es einmal beinstallierst, ist es weg. Ja, ja. Und da kann ich das tatsächlich nicht verstehen, weil das, also, ich habe ja so schon Angst, wenn ich mir denke, uh, ich könnte, also, mein Handy ist nicht so teuer, aber wenn ich es verliere, dann ist das halt schon ein Geldwert, der mir da verloren gegangen ist. Aber wenn ich mir dann überlege, da ist auch noch ein Spiel für, ich weiß gar nicht, 600 Euro und ich habe es zehn Monate gespielt. Ähm, dann ist das ja noch ein viel größerer Wert, in Anführungsstrichen. Mhm, ja. Vielleicht kann man sowas wieder zurückfordern, dann auch bei den Store, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Speichermöglichkeiten, aber an sich, ähm. Stimmt. Ich meine, das wertet natürlich das Spiel wieder auf, wenn ich da 600 Euro im Monat reinstecke, ähm, aber es von, von der Wertlosigkeit hatten, sobald es auf dem Handy ist, aber, ja. Das ist schwierig, also, ja, ich meine, viele Leute geben für andere Sachen auch Geld aus, also, das Hauptargument ist ja immer so, ja, Raucher geben aber auch fünf Euro am Tag für eine Packung Zigaretten aus. Ja, klar, das, ähm, ist ein anderes Problem dann. Richtig. Ja. So ist das halt, von, von Handyspiel zu Handyspiel. Es gibt, ich finde, es gibt Vor- und Nachteile. Ähm, ich finde, Handyspiele zu installieren, zu testen, das einfach auszuprobieren, geht viel, viel schneller als auf dem PC. Ich hab auch auf dem Handy, sag ich mal, mehr, äh, Lust zu tendieren von, oder zu switchen von anderen Spielen zu solchen, und, äh, auf dem PC ist das gar nicht so, leider. Also, da, da bin ich echt schon da hinterher, dass ich auf dem, auf dem, auf dem PC die High-Quality-Spiele, die ich auf jeden Fall auch mit Freunden spielen will, und auf dem Handy, äh, stapeln sich die absoluten Rott-Spiele. Und ich denk mal einfach nur so, ja, aber wenn's Spaß macht, wenn ich irgendwo auf der Couch liege und dann irgendwie so ein abgeranztes Spiel, mir macht's Spaß. Ich find's okay. Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen erschrocken, als ich meine, meine Bibliothek durchgeguckt habe im, äh, im Store quasi, im, also im, im Android-Store, äh, im Play-Store, wie er auch immer heiß mag, ähm, was man sich, da ist ja alles aufgelistet, was man sich jemals irgendwann mal, ähm, runtergeladen hat. Oh ja, stimmt. Ah, nur dazu mal, da bin ich ein bisschen erschrocken, was da alles für Müll tatsächlich auch drin ist. Also, ich glaub, ich hab's schon mal aussortiert, aber es ist immer noch sehr, 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 sehr viel Müll drin. Also, ich glaub, ich hatte schon mal tausend Spiele, ich hab bestimmt schon knapp tausend Spiele auf meinem Handy installiert und nachgeguckt und, also, das ist, das ist wirklich kriminell, muss man schon sagen. Aber ich bin auch sehr schnell mit dem Deinstallations-Button zur, zur Hand, wenn mir das Spiel auch nur ansatzweise nicht richtig gefällt, dann kommt das sofort runter. Ja. Wir haben so viel dabei, was mich absolut nicht interessiert, was man sich aber trotzdem mal kurz angeguckt hat, ähm, dass man schlecht, also, ich kann schlecht filtern, ähm, und dadurch gute Spiele finden, wenn ich im Store bin. Also, das ist für mich unheimlich schwierig, wenn ich mal so aus Langeweile durchgucke, ach ja, das sieht ganz interessant aus, und dann geh ich an der Seite weiter, liest man durch und denkst, ah, doch nicht. Und das ist für mich echt schwierig, da, wie du vorhin meinst, die Juwelen sozusagen auszufiltern, ähm, für die es sich wirklich lohnt. Mhm. Das ist, wenn ich in den Laden ganz physisch jetzt gehe und, ähm, stehe vor einem Playstation-Regal, klar, da ist eine Vorauswahl für mich ja schon getroffen worden, vom, vom, vom Hersteller, der gesagt hat, den Titel kaufe ich ein, den Titel kaufe ich nicht ein, und vom Laden, wo ich bin, was die anbieten. Mhm. Aber es schränkt, also, es schränkt zwar ein, aber es macht es auch ein bisschen übersichtlicher, und... Stimmt. Man verleiht, also, man kauft sich weniger Schrott, wenn man es halt physisch, ähm, vorher schon mal in der Hand haben muss, finde ich. Ja, ja, genau. Und, okay, es kostet natürlich auch was, ich, das ist auch wieder so, natürlich diese Kostengeschichte, kostenlos runterladen, um mal zu gucken, ist natürlich wirklich keine Hemmschwelle. Ja. Ja, und damit sind wir, ähm, bei einem weiteren Thema, was wir noch anschneiden wollen, ähm, neben großen... Ähm, Spielefirmen, die jetzt auf Mobile umsteigen, die jetzt diesen Umschwung mitversuchen, um noch mehr von der Community, ähm, noch mehr Spielerzahlen zu generieren. Es gab vor kurzem, ähm, einen Bericht darüber, dass Steam eine neue App, ähm, ins Leben ruft. Eine, eine App selber von Steam, wo es darum gehen soll, dass man die Spiele, die man in seiner Steam-Bibliothek hat, jetzt streamen kann, auf dem Handy. Ähm, um vielen vorab was mitzuteilen, weil ich zunächst auch verwirrt war, diese Spiele, ähm, also es ist, es können alle Spiele sein, von, von, von Call of Duty, ich weiß nicht, ob man das kaufen kann auf Steam, ich bin da nicht so der, der Freak von, von, von Arma zu, zu Witcher, zu GTA. Es geht, es geht alles übers Handy streambar. Dieses Spiel wird allerdings nicht auf dem Handy ausgeführt, sondern tatsächlich nur on-demand abgerufen, also gestreamt. Das ist tatsächlich so, ihr braucht einen PC, der dieses Spiel, ähm, parallel dazu ausführt, spielt sozusagen. Ich gehe aber davon aus, dass sich, ähm, Elemente, ähm, ich glaube, also Elemente zum Steuern in diesem Spiel nicht von dem Handy aus steuern lassen. Es ist tatsächlich nur etwas, was man on-demand abrufen kann. Wenn du einen PC hast und willst, dass andere Leute das auch noch sehen, kannst du es von deinem Handy aus streamen und deinen Leuten die Hand geben oder sowas. Mir entzieht sich der Sinn da auch etwas. Ich bin nicht ganz sicher, wozu man das gebrauchen könnte. Allerdings habe ich so aus dem Artikel verstanden und das ist das, was Steam jetzt demnächst wohl auf den Markt bringen möchte. Eine App, um seine eigene, ähm, um seine eigene Spielebibliothek on-demand abzurufen und darzustellen. Auf dem Handy, was natürlich krass ist, wie ich finde. Ich finde das, äh, sehr interessant. Und, ähm, frag mich dann auch gleichzeitig, ob damit ein gewisser Sinn verfolgt wird. Ich weiß nicht, kannst du dir das irgendwo vorstellen, diese App? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also nein, wenn sie so kommt, wie du es beschrieben hast, kann ich es mir persönlich tatsächlich nicht vorstellen. Also, ich wüsste nicht, was ich für einen Mehrnutzen davon hätte. Ähm, ich hatte tatsächlich gedacht, es dient als, tatsächlich als spielbare Spiegelung, so wie bei der Playstation. Da kann man ja auch, wenn man sie laufen lässt, tatsächlich sich das Ganze über eine gute Internetverbindung auf einen Laptop spielen. Also, spiegeln und kann dann auf dem Laptop spielen. Das ist natürlich, klar, eine ganz andere Anforderung von, von der Leistung her. Deswegen kann man, also ist das wahrscheinlich auch möglich. Mit dem Handy könnte ich es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es, dass es technisch jetzt schon möglich wäre. Ähm, aber das war mein Gedanke, dass das sozusagen die Intention dahinter war. Aber wenn es tatsächlich nur zum Spiegeln da ist, zum Angucken. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also, ich bin mir nicht sicher. Also, ihr merkt es vermutlich. Ich weiß nicht genau, ob in dieser App diese Spiele auch bedienbar sind. Mich würde es wundern, weil, äh, ich glaube nicht, dass diese Spiele diese Touch-Unterstützung bieten. Wenn Steam das überbrückt und praktisch eine Mauseingabe über das Touchfeld realisieren kann, könnte ich es mir tatsächlich vorstellen. Weiß aber auf der anderen Seite nicht, wie wollt ihr das mit Tastatur etc. machen. Da würde sich viel, äh, halt nicht anbieten für. Aber ich kann mir vorstellen, dass in dieser App, ähm, zumindest diese, äh, Steam-Spiele speziell für Handy-Games oder für in Steam eingerichtete Handy-Games sich sehr gut eignen. Weil wir haben nämlich, ähm, unter anderem auch viele Spiele gefunden, die auf Steam angeboten werden, die man gleichzeitig auch als Handyspiel sieht. Also, jetzt neben Fortnite und PUBG, die jetzt klare, ähm, äh, Hybriden schon werden auf, äh, den Handy-Markt. Ähm, Clicker Heroes hat damals als Handy-Game angefangen, soweit ich weiß. Ähm, ist jetzt auf Steam. Shop Heroes gibt es auf dem Handy und auf Steam. Ähm, äh, Epic, äh, Adventure Time 4 gab es auf dem Handy, gibt es jetzt auf Steam. Sind Sachen, wo ich mir denke, okay, ähm, Handy-Games auf Steam hochzuladen, finde ich gut. Das war ja auch bei Fallout Shelter so. Damals gab es vor dem, ähm, vor dem Release von Fallout 4 Fallout Shelter als Mobile-Game, was erstmalig nur für, äh, Handy, für, für die, ähm, App-Stores gemacht worden sind. Danach kam es auf Steam hoch, ähm, wenn das so funktioniert. Und wenn sich beispielsweise, wir gehen das mal von, von zwei Seiten durch. Du bist ein Handy-Entwickler, also ein, äh, Mobilspiele-Entwickler, hast ein Mobilspiel rausgebracht und willst es auf Steam rausbringen. Brauchst du eine erfolgreiche, ähm, äh, eine erfolgreiche Portierung auf, ähm, PC oder, ähm, doch, PC müsste es sein, Steam ist es PC-Only, soweit ich weiß, ähm, auf, äh, PC-Eingabe-Geräte. Das heißt, Tastatur und Maus muss sozusagen, beziehungsweise die Maus muss dieses Touch, äh, äh, Schema übernehmen. Andersrum bei Entwicklern, die Computerspiele rausbringen, ihr Spiel auf eine Handy-Version zu portieren. Beispielsweise PUBG und Fortnite sind Sachen, ähm, die sehr interessant sind, wie ich finde. Und im Hinblick auf die Plattform, auf der man das, ähm, breit, äh, stampfen kann, auf, auf Steam jetzt beispielsweise, Handy-Spiele oder PC-Spiele, auf App-Stores fürs, fürs Smartphone oder fürs iPhone, finde ich sehr interessant. Weiß nicht nur, weiß nur nicht, ob es sich lohnt. Also bei, wie gesagt, PUBG und Fortnite finden es jetzt nicht so lohnt, aber so ein, so ein, so ein Clicker-Heroes, ähm, ich muss zugeben, ich hab mir Shop-Heroes, es war kostenlos, auf Steam runtergeladen und spielts lieber da als auf dem Handy. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. Also, ich hab tatsächlich, mhm, lass mich überlegen, ich hab ein Spiel, das hab ich ursprünglich auf dem Tablet gespielt, das war The Silent Age, das ist eigentlich nur ein Point-and-Click, hat aber eine relativ dichte Atmosphäre. Mhm. Und das könnte ich mir tatsächlich, also das hab ich halt zwischendurch, das ist halt durch Zufall gefunden und dann halt zwischendurch auf dem, auf dem Tablet gespielt, das ist tatsächlich was, das gibt es im Nachhinein, ist es auf Steam erschienen. Mhm. Das könnte ich mir tatsächlich auf dem PC jetzt besser vorstellen, weil ich da einfach, also ich für mich persönlich, ähm, wenn ich halt unterwegs bin und auf dem Tablet oder auf dem Handy spiele, dann hab ich viel um mich rum, dann ist einfach die Immersion nicht so groß für mich, wie als wenn ich zu Hause auf meinem Sofa oder auf dem Stuhl sitze und tatsächlich, ähm, einen Bildschirm oder einen Fernseher vor mir habe und zum Beispiel das Licht um mich rum dunkel machen kann. Mhm. Deswegen, ja, ich finde, es klappt bei einigen Sachen in die Richtung, also es klappt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung besser, muss ich sagen, bei einigen Sachen. Ähm, aber gerade in die Sache vom mobilen Endgerät dann auf Steam klappt, finde ich, besser, wenn es ein atmosphärisches Spiel ist. Weil ich mir dann auch einfach selber mehr Zeit dafür nehme. Also das ist auch wieder so eine Zeitgeschichte. Alles, was auf dem Handy ist, wird halt kurz zwischendurch immer mal wieder. Mhm. Ähm, wenn ich aber Atmosphäre will, dann ist es halt für mich persönlich auch mal wichtig, dass ich mir da halt ein bisschen Zeit für nehme. Und das mache ich halt tatsächlich eher, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Das ist bei mir genauso. Würdest du denn aber auch zu Hause, wenn du irgendwie auf der Couch liegen würdest, ähm, lieber, ich sag jetzt mal, du guckst gerade Fernsehen oder hast irgendwie die Familie gerade da und hast gleichzeitig das Handy in der Hand und könntest auf dem Handy ein bisschen was spielen. Würdest du das auf dem Handy spielen, während du vor dem Fernseher sitzt oder würdest du extra, ich sag jetzt mal, rübergehen ins Zimmer und den PC anschmeißen? Also ich muss ganz klar unterscheiden zwischen, ähm, realen Personen, die da sind, anwesend sind, und Fernsehen, weil, also ich bin absoluter Fernseh-Junkie, muss ich gestehen, und der läuft bei mir eigentlich immer, selbst jetzt ohne Ton. Und ich sehe ihn noch nicht mal, trotzdem muss der laufen, weil, also ich wohne alleine und für mich ist das irgendwie eine Sache, dann bin ich nicht ganz so alleine. Mhm. Ich hab tatsächlich aber ein ganz schwieriges Problem damit, wenn ich mich nicht entscheiden kann, was ich, was ich machen möchte. Also es läuft ein Film im Fernsehen, ähm, eigentlich möchte ich auch noch ein YouTube-Video gucken, und ich möchte aber auch vielleicht ein bisschen, ich sag mal, händische Beschäftigung. Also ich strick nicht, das kann ich nicht, ähm, und dann bleibt halt, also hab ich halt immer, also klar, dann ziehe ich das Handy daneben, dann spiele ich schon auch auf dem Handy, aber auch, weil der PC halt belegt ist, muss ich sagen, weil da läuft ja noch ein zweites Video, und dann schalte ich halt immer um, was ich halt dann lieber gucke. Mhm. Ähm, aber, nee, wenn ich jetzt, wenn jetzt tatsächlich mich eben entscheiden muss, da läuft ein Film im Fernsehen, den möchte ich gerne gucken, was ja heutzutage auch jederzeit, ähm, on demand eigentlich zu kriegen ist, aber ich möchte jetzt ganz gerne auf ProSieben gucken, dann spiele ich tatsächlich nebenher, ähm, ja, wenn der PC frei ist, dann spiele ich schon auf dem PC lieber tatsächlich. Ja. Ähm, ich hab aber auch einen Laptop, das heißt, ich kann tatsächlich auf dem Sofa rumfläzen und trotzdem spielen. Mach ich auch ganz gerne, also wenn ich nicht an dem PC kann gerade, nehm ich gerne das Handy zur Hand, und wenn ich am PC bin, lass ich mich unglaublich gerne von allen möglichen Seiten bedudeln. Also ich hab, ich hab tatsächlich, und das ist kein Scherz, das ist, ähm, war damals, als ich mit meinem Mitbewohner, ähm, zusammengewohnt hatte, der hatte mich schon für verrückt erklärt. Ich hab's geliebt, den, äh, wenn ich am PC war und was gezockt habe, dass hinter mir eine Serie lief, Tour de Half Men jetzt beispielsweise, ich hab PC gespielt, während hinter mir diese Serie kam, und wollte mich einfach nur berieseln lassen davon. Ja. Parallel. Und er hat mich für verrückt geklärt und meinte, das kann sich doch kein Mensch geben. Du bist, das, das geht doch gar nicht. Äh, zu, zu Spitzenzeiten war es sogar so, dass ich kein Problem damit hatte, und das ist kein Scherz, ich hatte kein Problem damit, wenn der Fernseher lief, zwar leiser, ich ein Hörspiel gehört habe, auf nem Kassettenrekorder oder sowas, und gleichzeitig am PC war und was gespielt habe. Es hat mich nicht gestört. Mein, äh, WG-Kollege, der ist wahnsinnig geworden. Der hätte, der hätte mich fast im Schlaf erdrosselt. Also wirklich, da, da hab ich den Absprung eben noch so geschafft. Das ist, aber ich muss sagen, also mich hat's nie gestört. Also... Ja, pass auf, ich setze da noch einen oben drauf. Ich hab's tatsächlich... Ich hab früher, als ich noch zu Hause gewohnt, aber da war's auch so, dass... Also ich hatte ein relativ schlauchförmiges Zimmer, das heißt, der Fernseher stand an der einen langen Wand und der Schreibtisch an der anderen langen Wand. Das heißt, wenn man am Schreibtisch saß, war auch normal der Fernseher im Rücken. Ich hab mir tatsächlich über Jahre einen kleinen Spiegel aufgestellt. Oh. Neben dem Schreibtisch, um den Fernseher noch zu sehen. Hat mich immer mega verwirrt, wenn man dann irgendwann mal wieder richtig Fernsehen guckt hat, dass dann alles nicht mehr... Also, dass tatsächlich Werbung andersrum läuft, weil sie dann ja nicht spiegelverkehrt ist. Ach so, stimmt. Aber da hat meine Mutter... Meine Mutter hat auch, als sie das erste Mal gesehen hat, auch nur so ein kleiner Badezimmerspiegel. Also der war ja nicht mal so groß wie der Fernseher. Das war einfach nur so ein kleiner Spiegel. Die hat auch gesagt, ich hab einen an der Waffel. Also, entweder oder, aber nicht... Richtig, ja. Aber das ist so, diese Dauerbeschallung steh ich drauf. Also, hätt ich gern. Ich auch. Ich auch. Also, ich kann mir auch... Also, zu meiner Schande, ich guck Jeremy's Next Topmodel. Aber mittlerweile will das keiner mehr mit mir gucken. Einfach, weil alle sagen, oh, man ist ja langweilig geworden. So, jetzt hab ich aber die... Jetzt hab ich keiner, mit dem ich mich drüber unterhalten kann. Dann ist Jeremy's Next Topmodel doch ziemlich langweilig, muss man sagen, zweieinhalb Stunden. Das heißt, dann lasse ich die ersten zehn Minuten, weil ich mich entscheiden kann, ist das wirklich spannend, diese Folge? Also, spannend in Anführungsstrichen, ne? Wird sich da fest, da werden die Haare geschnitten. Da war ich jetzt diese Staffel echt im Konflikt, weil ein Let's Play-Kanal jeden Donnerstag seinen Livestream macht. Das heißt, ich hab die ersten zehn Minuten einfach beides parallel laufen lassen. Von der Leute stärker her so, dass beides so ein bisschen geht. Meistens dann Jeremy's Next Topmodel ein bisschen leiser, weil da braucht man ja nicht so viel, wenn sie nicht streiten. Und dann hab ich nach der ersten Viertelstunde gesagt, okay, was auch immer an dem Tag das Wichtigere war, kommt auf den Fernseher und der Rest wird dann halt, und nun wird halt ProSieben dann über den Livestream auf dem WC dann wieder geguckt. Ja, aber ich brauch auch, also ich brauch eigentlich Dauerberieselung. Und das Blöde ist, wenn ich alleine Fernsehen gucke, jetzt kommt ein Foto da vom Thema ab, aber wenn ich alleine Fernsehen gucke, dann kann ich mich schlecht auf einen ganzen Film am Stück konzentrieren. Das ist dann einfach, ich brauch irgendwas nebenher. Und das ist dann meistens PC, Gameboy oder tatsächlich auch das Handy ab und zu. Das nutzt sich tatsächlich eher für andere Apps dann. Um ein bisschen aufs Thema zurückzukommen, würdest du dich auch mit mobilen Apps für ProSieben oder keine Ahnung was dann noch berieseln lassen? Ich meine, du kannst ja das so neben dem PC entstellen oder so. Habe ich noch nie gemacht, wobei ich tatsächlich schon mal ... Oh, ja, siehst du? Ja, ich habe diese Woche tatsächlich schon mal in YouTube-Video auf dem Handy geguckt, weil die anderen beiden Sachen mit was anderem belegt waren. Weil ich dann dachte, oh, gab es so eine kleine Push-Benachrichtigung, guck mal schnell. Ich sage jetzt mal nicht das Hunde-Video, sondern was ähnliches. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, momentan ist bei anderen Sachen nicht ganz so spannend, weil es halt auch so eine Dauerberieselung war. Dann kann ich auch mal schnell zwei Minuten das YouTube-Video auf dem Handy laufen lassen. Aber das ist es halt. Das Handy hilft uns sehr, mobil unsere, ich sage jetzt mal, Bedürfnisse ... Unserem Laster nachzugehen. Genau, unserem Laster in Richtung Medien nachzugehen und das dann auch ohne sich irgendwie festzusetzen, hinzusetzen, sondern auch einfach gerne unterwegs, oder wenn es die Situation gerade nicht hergibt. Keine Ahnung, im Meeting oder so mit dem Chef oder so, kein Problem. Da kann man das Handy eben rausholen und eben seinen Lieblings-YouTuber On-Demand verfolgen. Vielleicht sogar auf den großen Projektor schalten, wenn ihr andere mitgucken wollt. Ja, ich wollte sagen, ganz, ganz spannend, kurzer Einwurf zu dieser Meeting-Geschichte. Das habe ich nämlich letztens von jemandem gehört, der macht sich alle seine Notizen auf dem Tablet, schreibt es immer mit, aber alle anderen denken, ach ja, der ist wieder nur am Surfen. Ach so. Und der wurde tatsächlich vom Chef angesprochen und gesagt, das geht doch nicht. Und ich weiß, du schreibst da mit, aber alle anderen denken, ach guck mal, der spielt wieder. Ja, der ist tatsächlich auf Papier und Stift wieder umgestiegen, nur um zu zeigen, dass er halt ... Das ist halt dieses Medium-Handy, wird halt heutzutage auch sehr als Ablenkung beziehungsweise als Konsumwerkzeug wahrgenommen, um halt Spiele zu spielen. Genau, und deswegen wird nicht mehr wahrgenommen, was es eigentlich auch leisten kann. Das kann ja so viel mehr, als nur Freizeitbeschäftigung zu sein. Natürlich. Aber es wird halt, wie gesagt, die Unterhaltungselektronik ist da immer sehr schnell dabei, solche Werkzeuge halt effektiver zu benutzen. Jetzt, wie gesagt, Gaming-Industrie, Handys, bis rüber zu PC, Konsolen, jetzt VR-Systems und so weiter. Das wird einschneidende Einmischungen, sag ich erst mal, geben in andere Geräte, die da noch folgen. Auf jeden Fall. Und Handy ist jetzt ... Aber das ist schon ewig so gewesen, dass Handys dann als Werkzeug für Medien benutzt werden, auch für Unterhaltungselektronik oder Software. Und ich hab das Gefühl, oder ich hab die Befürchtung, wobei Befürchtung wahrscheinlich nicht das richtige Wort ist, aber vermutlich werden Handys in Zukunft mit anschließbaren Erweiterungen und hast du nicht gesehen, die klassischen Handhelds, Handhelden ersetzen. Das ist tatsächlich auch meine Befürchtung. Und meine Befürchtung ist aber dabei, dass da nicht mehr qualitativ hochwertigere Spiele erscheinen. Also ich muss sagen, ich kaufe mir immer noch jeden Nintendo Handheld, weil es einfach ... Und wenn ich mir am Ende für das Gerät in fünf Jahren nur drei, vier Spiele gekauft habe, das waren aber gute Spiele. Und ich hab ein bisschen die Befürchtung, dass sobald es aufgelockert wird, das haben sie jetzt ja schon angefangen mit Animal Crossing, mit dem ... Was machen wir da mit dem ... Ich hab's mir tatsächlich runtergeladen, obwohl die Animal Crossing ... Die ist online, wo man seinen Campingplatz hat. Ach, der Campingplatz, genau. Ja, ja, genau. Ich hab nicht reingeguckt, aber ich hatte auch zu sehr die Befürchtung, dass es ein schlechtes Spiel ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt auch wieder, ich glaube, auch tatsächlich kostenlos angeboten wird. Ja, genau. Kostet nichts, ist nichts wert. Da sind wir wieder dabei. Ja, ich weiß nicht, also ich fänd's tatsächlich schade, wenn es komplett auf diese App-Geschichte laufen würde. Wobei man einfach sagen muss, muss man dann auch wirklich mal sich die Spiele, die was kosten, sich da rein vertiefen. Da sind wahrscheinlich tatsächlich auch mehr Juwelen dabei als im kostenlosen Markt. Also häufig sind's ja so wirklich Indie-Spiele, die einfach nur eine 10-Minuten-Geschichte erzählen wollen, die wirklich eine Message-Shows werden wollen, die gut sind und kostenlos. Genau. Wo man wirklich dann auch Inhalt transportiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir aktuell, ich hoffe, das wird jetzt nicht von irgendwelchen Behörden mitgehört, einen Emulator auf mein Mobiltelefon runtergeladen habe und ich spiel darauf tatsächlich die goldene Pokémon-Edition. Und es macht Spaß. Die Haptik ist halt nicht da, weil ich diese Knöpfe nicht habe. Das wär noch so das i-Tüpfelchen. Aber es lässt sich spielen. Und es ist exakt dasselbe wie damals auf dem Game Boy, beziehungsweise auf dem DS. Und es macht mega viel Spaß. Auch das erste Animal Crossing ist auf meinem Handy gespeichert. Genau wie Pokémon Mystery Dungeon. Das sind so drei Dinge. Aber das ist die Frage, kannst du nicht auf die alten Geräte zurückgreifen, weil du sie nicht hast? Ich hab sie nicht. Ah, okay. Wenn ich sie hätte, würde ich sie darauf spielen tatsächlich. Aber das ist wieder etwas, wo ich mir dann denke, ähnlich was jetzt bei dem Nintendo Labo jetzt war, diese Kartonsachen, die man dazu addieren jetzt konnte an seine Switch. Das wird wahrscheinlich bei dem Handy ähnliche Nachfragen geben, dass man Handheld-Eingabeschemen auf so ein Handy übertragen kann. Ja. Und das fände ich megageil. Ich würde im Ernst nur noch über das Handy irgendwie Game Boy-Spiele spielen, wenn ich diese Game Boy-Eingabe-Gerät habe, um diese Haptik halt in der Hand zu haben. Das wäre super. Das wäre megageil. Würde ich feiern. Ich wollte gerade sagen, gab's da nicht ... Ich hab ganz, ganz dunkel in den Kopf, dass es da irgendeine Klage gab gegen Nintendo und die Switch, weil es schon tatsächlich einen Hersteller für Mobiltelefone entwickelt hatte, so Anklick-Geschichten, die man von links und rechts an das Telefon rangeklickt hat und man dann genau eigentlich die gleichen Controller hatte, die man jetzt auf der Switch hat. Ja, also ... Ich bin der Meinung, dass es da tatsächlich auch irgendwas in die Richtung gab. Und das fände ich, das hätte für mich auch wieder mehr ... Das könnte tatsächlich so sein. Also ich würde es nicht ausschließen. Wenn halt der Inhalt folgt. Das ist wirklich meine Befürchtung, dass da kein großer Inhalt mehr kommt. Richtig. Und bei mir ist tatsächlich ... Also die Hemmschule ist wirklich immer das Bezahlen und das ist halt nicht ... Also ich hab auch ganz, ganz lange echt Probleme damit gehabt, dass man halt jetzt digital ... Also für die Switch und für die PlayStation war jetzt das erste Mal, dass ich mir tatsächlich die Spiele nicht mehr richtig in Diskform quasi gekauft habe. Ja, das kommt ja auch noch dazu, genau. Und das ist für mich, also vielleicht bin ich einfach schon zu alt, das ist für mich echt so eine Überwindung zu sagen, es ist nur noch digital da und es gehört mir schon, aber es ist halt ... Es ist halt nicht mehr so richtig. Es ist nicht greifbar. Du hast nichts nicht in der Hand. Du weißt nicht, was passiert, wenn der Server abstürzt. Genau. Oder wenn man tatsächlich mal sagt, das wird nicht mehr unterstützt in 20 Jahren, ja geil, dann hab ich eine Konsole da, aber keine Spiele mehr drauf, weil ich's halt nie ... Deswegen geh ich tatsächlich immer noch in den Laden und kauf und weil ich auch die ... Weil ich den Allzeiten unterstützen möchte, kaufe ich tatsächlich alles, was noch geht. Mhm. Immer noch in der ... In irgendeiner Form. Ähm, ja. Bin ich tatsächlich schon nicht so, muss ich sagen. Also das tut mir leid an der Stelle. Nee, nee, also das ist ... Die Standard-Edition würde ich mir tatsächlich alle digital holen. Das Einzige, wo ich mich in den Laden begeben würde, wären Premium-Editionen oder physische Editionen, die halt noch Extras bieten würden. Es gibt ja diese Premium- und, und, und super Sachen in so großen Boxen. Sowas würde ich mir tatsächlich noch aus dem Handel holen, definitiv. Ähm, vermute ich auch, wenn man's nicht anders bekommt, digital. Mhm. Ähm, aber das ist so eine Sache, dass da ... Da bin ich schon ... Eine Stufe weiter. Ich bin schon digitalisiert worden, kann man so sagen. Ich bin schon erfolgreich gegen die physischen Geräte geimpft, weil diese Dinge können kaputt gehen und das passiert dir beim Digitalen nicht. Du kannst sie immer da haben, teilen, auch ... Das stimmt schon, aber ganz ehrlich, mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass irgendwas, ähm ... Also, dass die Software auf fester Form irgendwie ... Das heißt, du hast keine Geschwister? Doch, ich hab letztendlich ... Doch, ich hab einen kleinen Bruder, aber der hat sich, ähm ... Der ist nicht so viel, das ist ein Vier-Jahre-Unterschied und der ... Da haben wir uns relativ gleichzeitig mit dem Spiel entwickelt, das heißt, der wusste, wie viel das kostet und was es dann auch wert ist, wenn's ... Nee, ich hatte jüngere Geschwister, da bin ich bereits schon traumatisch belastet worden, daher setz ich auf digital, so. Gut, kann natürlich sagen, ich arbeite quasi im Einzelhandel, also in der Apotheke ist aber auch ein Einzelhandel, dass ich da immer noch denke, ja, ich kann's nicht tun, wenn ich dann immer sage, öh, die bösen Leute, die in der Nintendo-Apotheke stellen, ähm ... Von daher, deswegen glaube ich, ich mach's mal in einem kleinen, äh, Spieleladen hier um die Ecke. Laura ist dann ein bisschen, äh, Einzelhändler-Pro eingestellt, aber ich find's auch gut. Nee, ich muss aber auch sagen, da ist immer eine nette Atmosphäre, also, das kommt schon wieder vom Thema, aber da ist immer eine nette Atmosphäre bei den, in dem Spieleladen, also, da hängen ganz viele Leute rum, manche trinken auch nur irgendwie den Kaffee oder irgendwie was, ähm, dann haben sie einen alten Nintendo aufgebaut, und da spielen dann immer zwei Leute dran, also, das ist eigentlich immer ... Es ist halt auch ein bisschen Atmosphäre, muss man sagen. Das stimmt. Das ist ein bisschen Nostalgie-Feeling, wenn man auch in den Nahen geht. Das stimmt, das stimmt, das hab ich aber auch schon gemerkt. Ähm, ja, und das ist halt eben der, der, ähm, wir sind ein bisschen weit von, von, von Handy jetzt weggekommen. Ähm, ich hab eigentlich auch noch mal eins zum Zurückkommen gleich wieder, aber ... Aber nee, sag ruhig, sag ruhig, also ... Ähm, genau, du hast vorhin gefragt, ähm, was ich mache, wenn, wenn Fernsehen oder Familie da ist. Ähm, das ist für mich, tatsächlich eine ganz, ganz, äh, klare Trennung, ähm, wenn jemand anderes da ist, dann guck ich aufs Handy, wenn eine Nachricht kommt, aber auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen, es kommt auf die, auf die, auf die Situation an, aber ich würd niemals anfangen, was zu spielen. Und auch schon gar nicht, wenn ich weiß, ah, es geht nur drei Minuten, weil dann muss ich wieder 15 Minuten warten. Mhm. Das find ich eine ganz, ganz schlimme, ähm, Angelegenheit, wenn Leute ständig, dann doch noch mal hier schnell Simpsons anmachen, und, ich hab mich irgendwie auf die Simpsons eingeschossen, aber noch mal schnell anmachen, hier noch mal schnell irgendwie drei Donuts suchen oder ein Haus bauen, und dann erst wieder am Gespräch teilnehmen, dass ich, da krieg ich tatsächlich die Kretze. Das stimmt allerdings, ja. Ähm, find ich ganz, ganz schlimm, und ich find's auch schlimm, wenn das dann, ähm, am besten noch so heimlich unter dem Tisch, also meine Güte, wenn's eine Familienfeier ist und die kleinen Kinder müssen beschäftigt werden. Ja, gut. Mir hat man früher auch ein Snake-Handy in die Hand gedrückt, da war ich auch glücklich. Ähm, das ist immer noch was anderes, aber ich find tatsächlich, wenn man sich mit Leuten unterhält und einer daddelt die ganze Zeit am Handy rum und man kann noch nicht mal sehen, was gemacht, also was derjenige macht, also ob der jetzt nur mal schnell noch wichtig, ähm, eine Ebay-Auktion mitmachen muss oder ob er tatsächlich schon wieder ein blödes Spiel spielt. Ähm, das find ich ganz, also das ist, find ich, für den Betroffenen immer eine ganz, ganz blöde Situation, der, der, also der Nichtspieler in dem Fall dann. Mhm. Der andere Nichtspieler. Das ist richtig. Ähm, bleibt bei mir natürlich auch, wenn die, wenn das, wenn die Familie da ist, dann, äh, definitiv bleiben solche Sachen dann aus. Das ist, das ist klar. Aber es gibt ja genug Leute, die das trotzdem tun. Das stimmt. Also ich bin immer, also selbst in meinem Freundeskreis, ähm, bin ich immer wieder, wo ich mir denke, alle unterhalten sich nett und irgendjemand sagt, ach ja, das hast du doch letztens erlebt und der guckt doch und sagt so, hör was, ach, ich hab jetzt die letzten 10 Minuten gespielt. Das war so, okay, dich interessiert irgendwie das Gespräch nicht, ähm, was es aber normalerweise tut, das ist einfach nur so, ja, nee, ich muss jetzt stellen, weil die Zeit war wieder abgelaufen, dann konnte ich ja wieder was machen. Mhm. Und ich denke, das ist ja dann, also es geht schon wieder in dieses Suchtthema, das man sozusagen nicht kann, ohne, ähm, draufzugucken. Aber es hat auch so eine gewisse Ignoranz, muss ich sagen. Das stimmt. Und das, sollte man nicht machen. Ja, genau. Und das ist aber was, was die, was die mobilen Spiele halt doch irgendwie fördern. Das war früher, in Anführungsstrichen, halt nicht so. Da hat sich, da hat sich keiner mehr hingesetzt und die ganze Zeit Snake gespielt. Ähm, aber das, das ist so eine Entwicklung, die mir, was wird auch so eine negative Anstände gegenüber den mobilen Spielen irgendwie immer wieder hervorruft. Richtig, genau. Ich sehe, was es halt aus den Leuten dann macht, im Grunde. Ja, das ist, ähm, Thema Handy, das, äh, Thema Mobile. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich, äh, wie habt ihr, äh, dieses Thema empfunden, wenn ihr auch Handyspieler seid oder, äh, wie viel ihr am Handy konsumiert, so lasst es uns wissen, äh, ob ihr da unserer Meinung seid, äh, beziehungsweise, ähm, ob ihr da andere Erfahrungen gesammelt habt. Das würde uns sehr interessieren. Wir können es auf jeden Fall Bescheid sagen. Und vor allem, ja, wie finden die Leute die kleinen Juwelen, die es denn da auf dem Handymarkt gibt? Genau. Ob man, ob man die echt mal, äh, so halt auch behalten kann oder dass sich mal denkt, äh, dass das ist etwas, dafür lohnt es sich einfach, die, die Handyspiele weiter zu konsumieren. Oftmals, finde ich auch, sehe ich auch Leute, die einfach sagen, ich spiele gar nichts mehr auf dem Handy, weil ich einfach so viel schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Aber gut, ähm, wie gesagt, das sind halt die Sachen, auf die wir ganz gespannt sind, von euch zu erfahren. Das war's mit, äh, diesem Podcast. Wir haben's geschafft. Der zweite Teil ist sozusagen durch abgedreht und wird jetzt nun archiviert. Ähm, ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Das war's von, äh, uns, von, von mir und Laura. Ich werde mir jetzt erst mal in ihrer Apotheke ein paar Iwoprofen besorgen. Ja, hoffentlich. Und, äh, ich überlasse ihr das letzte Wort, ähm, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, äh, Abend oder auch einen Morgen und hoffe, wir sehen uns bei der dritten Folge des nächsten Podcasts von let's-place.de wieder. Wie gesagt, unten in der, äh, Beschreibung findet ihr alle Links und Verweise und, ähm, gerne auch eine Bewertung, Feedback, Kommentar, Däumchen, favorisieren, Glocke und was weiß ich noch, was alles da ist hinterlassen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und, äh, bitte, dir gehört das letzte Wort. Ja, dann kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören und ich würde sagen, spielt, was ihr wollt und vor allem spielt, auf welchem Gerät ihr wollt. Das war's von mir. Tschü, tschü. Tschüss. Tschüss.